Das ist hier Friedrichsbronn. Mal gucken. Hier fahren wir auch gleich wieder zurück, nachher. Hier ist das Restaurant. Fahrt ins Restaurant. Vielleicht halten wir hier mal an. Wir müssen essen. Hier ist auch was. Glockenweg. Durch die Warenkirche. Durch die Warenkirche. Und dann auch noch die Kirche. Glockenberg kommt hier zurück. Ski- und Heimann-Paseo. In den Freien. Und die Funktion. Das haben wir doch gut. Das ist der Profession. Und nehmen wir das. Da kommt alles zu mir. Warum lasst er heute Samstagabend? Weil es noch ein bisschen regnet. Macht ja nix. Das ist höchst. Okay. Ich finde dich das zu schicken. Wenn die Koppelkarf. Ich fume den Koppelkopf. Und ich fume den Koppelkopfd. Ich fume den Koppelkopfd. Boah, die Hälfte sind gar nicht gewonnen. Oder wollen wir noch nach Tarek? Wollen wir noch nach Tarek? Wollen wir noch nach Tarek? Wir müssen hier sein. Anschließend kommen wir wieder zurück. Tarek. Den nächsten Tanzplatz, wo sie auch gesehen werden. Das gibt's mit Tarek. Hier sind die nächsten Morgen. Morgen. Hier sind die Fettküche. Auf die Augen. Die Fettküche. Auf die Augen. Auf die Augen. Gerade neun Kilometer macht er nichts. Schweres. Ordentlich. Ja, wir fahren Richtung Tale. Hier eine Leuchttafel, dass man einen Schreck kriegt. Da soll das nächste Rundix rein, hier Hexentanzenplatz. Hier kann man auch irgendwo rum oder so. Ein bisschen rein, aber ich habe noch eine Höhe, eine andere Wahl. Wir fahren Richtung Tale und es gibt auch Becker.